Liebe Zuschauer von KTV, neu für Sie auf unserem Sender Mary's Land Der wie ein Agenten-Thriller aufgemachte Film zeigt Menschen, deren Leben sich durch Marienerscheinungen, insbesondere Medjugorje, verändert haben. Ein spannender, berührender und humorvoller Film findet Kardinal Schönborn. Der Film zeigt Gottes bedingungslose Liebe zu den Menschen. Am 28. Mai um 13 Uhr und am 29. Mai um 20.15 Uhr. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie.